Die besten Freunde Das sind Aline, Yvonne, Lisa und Janine. Sie sind beste Freunde und kennen sich schon viele Jahre. Bei Lisa zu Hause leiden sie sich für eine Party. Sie reden viel über Klamotten, Jungs oder Schäden einfach nur. Auf der Party tanzen sie und trinken leckere Alkoholfreie Cocktails. Der Freund von Janine tanzt sehr eng mit Aline, worauf Yvonne einfallsächtig war. In der Nacht checkt Yvonne ihre Mails und erfuhr, dass Nico eine Dreiecksbeziehung mit Aline und Janine führte. Es tut mir leid, nimmst du meine Entschuldigung an? Ja, nehme ich. Unsere Freundschaft ist wichtiger als ein Junge. Alle stammten zu und machten ein gemütliches Picknick. Applaus 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 Applaus